Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal ein Screencast und zwar möchte ich euch das Programm Grappler vorstellen. Grappler ist eine Alternative zu Evom. Evom kennt ihr ja schon bestimmt, damit kann man halt Videos und den Soundtrack von Videos runterladen. Grappler macht eigentlich das gleiche, aber sieht ein bisschen cooler aus und hat ein cooles Feature, was ich euch gleich zeige. Aber erstmal gucken wir uns das Programm ein bisschen an. Ihr habt hier einen Homebutton, da kommt ihr halt immer wieder auf diese Seite, auf die Startseite zurück. Und ihr habt hier ein Suchfeld, aber das Suchfeld kann auch URLs annehmen und ja, da könnt ihr eine URL reinschreiben und dann kommt ihr zu dem Video. Hier habt ihr noch so einen kleinen Switch, da könnt ihr auswählen, ob das Video runtergeladen werden soll auf Auto oder ob nur das Soundtrack runtergeladen werden soll. Hier auf der Note da für Musik. Und dann könnt ihr nochmal hier in die Einstellungen gehen und dann könnt ihr hier noch einstellen, ob die oder wohin die Videos und die Musik gespeichert werden sollen, ob zu iTunes oder woanders hin und für was die Videos optimiert werden sollen. Also entweder MP4, iOS oder Konsole und wie viele Downloads gleichzeitig laufen sollen, können ihr einstellen. Und ob Save Search benutzt werden soll oder nicht. Ja, ich nehme jetzt hier mal eine URL von unserem Video und schmeiße sie da rein. Und dann bestätige ich mit Enter. Und dann kommt ihr hier auf eine Webseite. Und zwar auf YouTube in dem Fall mit dem Video. Das heißt, die coole Funktion ist, ihr könnt euch das Video nebenbei noch angucken, neben dem es runterlädt. Es funktioniert genau wie ein normaler Webbrowser. Und ja, hier unten habt ihr so eine kleine Leiste. Da ist ein Thumbnail vom Video drin. Das heißt, es lädt runter und ihr habt hier noch so einen Fortschrittsbalken. Und ja, das Video lädt neben dem angucken gleich runter. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil muss man das halt nicht in Safari oder in einer anderen Browser noch machen. Und wenn ihr dann den Download abbrechen wollt, könnt ihr entweder das X hier nehmen oder einfach den Clear-Button drücken. Dann werden die Dateien gelöscht. Das Programm hat eine kostenlose Version. Die geht aber nur für 10 Downloads. Also nicht so gerade toll. Und das Problem ist, die Software kostet 14 Euro. Und das finde ich ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Für das, was das Programm macht. Das heißt, probiert auf jeden Fall mal die Demo aus. Kaufen würde ich mir das persönlich nicht, weil Evom in dem Fall um einiges preisgünstiger ist. Ich glaube, Evom ist kostenlos. Ja, es ist auf jeden Fall angenehmer, dann ein kostenloses Programm zu bekommen. Ja, okay, wenn man jetzt wirklich viel runterlädt und das auch schön haben will, dann ist Grappler natürlich viel besser. Ja, das war es dann auch schon für das Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.